hallo zu einem weiteren community projekt und zwar der druiden challenge ich freue mich schon tierisch drauf der mai wird wild wir haben schon mehrere wochen darüber gesprochen entstanden ist das ganze aus der auktionshaus challenge da war das schon thema im märz ich habe gesagt wir machen kurz pause und im mai geht es dann richtig los und zwar mit der druiden challenge es ist wieder ein community projekt wo ihr wieder alle mit eingeladen seid das ganze mitzumachen wenn ihr wollt und zwar was sind die bedingungen was versteht man unter das bedeutet mit einem level 1 der druiden auf einem server eurer wahl zu starten ist jetzt egal ob ihr den main server nimmt irgendeinen französischen spanischen server einen server auswählen und dann mit level 1 den charakter leveln und schauen was man im ganzen mai mit diesem charakter an gold verdienen können vorweg solltet ihr verbündete nehmen ist das natürlich auch erlaubt ihr könnt die zalandotrolle oder die kultiraner und so weiter natürlich auch für eure für euer projekt verwenden nur weil die jetzt bar level vorschwung haben glaube ich nicht dass das so ein riesen einfluss hat habt spaß dran das ist schon mal die regel nummer eins zu diesem spiel was soll man machen mit diesen druiden mein ziel ist es und zwar ich bin der meinung dass jeder geführte gold haushalt gut geführte gold haushalt sollte einen druiden in seiner sammlung haben viele von euch haben das nicht oder fragen immer wie kann ich mit goldfarmen anfangen was kann ich machen und da empfehle ich immer erstellt als erstes mal einen druiden und geht farmen danach könnt ihr wenn ihr gefarmt habt auch herstellungsberufe nehmen und genau darauf ist die challenge ausgelegt einen druiden erstellen und schauen mit welchen varianten ihr in diesen 30 tagen euer gold vermehren könnt das bleibt euch überlassen was ihr damit macht ob ihr nur erze kräuter sammeln geht ob ihr kirschnern geht ob ihr vielleicht sogar auf herstellungsberufe geht schneider lederer jetzt durch das mal des handwerks 2 natürlich um einiges besser daher nicht mehr weil der ruf ja battle net account gebunden ist auch da gehen einige türen auf geht ihr nur haustiere farmen sagt ja ich busche meinen charakter so weit dass ich mythisch plus nicht mythisch plus dass ich mythisch trash farmen kann alle varianten möglich was was ich bitte nicht hätte gerne in der challenge ist wenn jemand sagt ich booste meinen charakter so weit hoch dass ich m plus laufen kann und dann sozusagen boosting dienste also dienst leistungen würde ich bitte weglassen in form von ich bin m plus spieler jetzt und booste in der woche 100.000 gold mit meinen droiden 100.000 reicht schon gar nicht mehrere millionen gold indem ich m plus läufe als boost verkäufer mache also das bitte weglassen das hat meiner meinung nach nichts im sinne der farm challenge der druiden challenge zu suchen sollt rein rum sein was ihr mit herstellungsberufen mit farm berufe und so weiter an gold verdienen könnte in diesem monat soviel zu den spielregeln die spielregeln nummer eins ist habt spaß daran lernt was vielleicht aus dem projekt wir werden das ganze wieder im disco natürlich einen kanal aufmachen der start ist am ersten mai um 0 uhr also am samstag ideal genau während der challenge ihr könnt es wieder ihr könnt jetzt schon eurem charakter look in screen von diesen droiden den ihr erstellt habt ins ins discord posten und vielleicht schon eure pläne reinschreiben was erwartet ihr euch wo soll die reise hingehen was werdet ihr machen und so weiter spielregeln wie gesagt habt spaß daran es ist natürlich ist es ein wettkampf wer kann wie viel gold in der stunde oder in diesen 30 tagen machen der wettkampf ist immer da aber ich mir ist natürlich auch klar bei mir ist es auch so ich fange ab ersten mai wieder gott sei dank wieder mit meiner arbeit dann ich habe jetzt wieder arbeit und wird natürlich auch deutlich weniger zeit haben als es noch vielleicht bei auktionshaus challenge der fall war und da bitte ich euch dann wenn ihr so gold stände ins auktionshaus postet oder am ende nach den 30 tagen ins auktionshaus ins discord postet am ende der 30 tage schreibt bitte auch die spielzeit dazu wie viel spielstunden hat euer druide gehabt für die beispiel 300.000 gold weil das ist nämlich auch so ein punkt wo man sieht okay der hat zwar nur 200.000 gold gemacht der hat aber auch nur 20 stunden investiert der andere hat 500.000 gold gemacht hat aber dafür 100 stunden investiert auch da ist es kein der ist besser schlechter der hatte vielleicht die zeit anders genutzt oder mit anderen varianten und die erfahrung würde ich gerne wieder mit euch teilen dass ihr das als community projekt macht dass sie rein schreibt ich habe gerade mega glück gehabt ich habe gerade zwei 226 items bekommen solche erfahrungen bitte einfach im discord posten weil am ende lernen wir alle davon wie man effektiv mit dem druiden oder mit anderen klassen gold verdienen oder mit dem druiden gold verdienen kann in diesem sinn würde ich mir tierisch freuen wie der mai schon sagt wenn ihr bei diesem projekt wieder mit dabei seid und jetzt schon im discord eure screenshots postet mit welchem charakter ihr startet start wie gesagt erster mai das ganze wird wahrscheinlich live auf twitch sein und ich wünsche euch viel erfolg bei dieser challenge